Es gibt jetzt tatsächlich eine Hodenbadewanne, es ist ein Verhütungsmittel, ist von einer Studentin entwickelt worden, die legt quasi die Spermien lahm, funktioniert mit Ultraschall. Also es ist wirklich Wahnsinn, es gibt eine, also muss man sich klar werden lassen, es gibt eine Verlamsamungsbadewanne. Jetzt weiß ich, wo Olaf Scholz als Kind reingefallen ist.